Also, auf der Hauptlobby ist fast keiner mehr drauf. Es können alle reinscheuen hier auf den Event-Server. Ich glaube, hier stehen noch ein paar Leute und warten, bis ich reinscheune. Okay. Wer hat... Dann machen wir. Dann machen wir. Ja, ich scheue jetzt rein. Irgendjemand mein Pferd gesehen? Downloading terrain. Also, ich bin gerade im SP und ich habe hier einen Gang gefunden. Wer den auch immer gegraben hat. Aber ich bin da hinterher nicht. Ich merke, was habt ihr gerade gemacht? Was habt ihr gerade gemacht? Der Server fängt wieder an zu lecken. Ja. Was? Ja? Jetzt läuft er wieder. Jetzt geht's wieder. Ich weiß nicht, das war kurz was. Ja, hi. Hallo. Der läuft jetzt hier ohne Probleme. Max, hi. Ja, hi. Okay, das war vielleicht auch einfach ein kurzer Dissing von mir gewesen. Die Lisa, die möchte hier wieder rein. Achso, die ist ausgetimed. Ja. Okay. Das Problem ist, wenn es jetzt gleich los ist. Ich komme mal wieder zu dir, Toni. So. Was? Was war hier? Okay, Leute. Ich mache die Tür auf. Ihr könnt reinkommen, wenn ihr wollt. Und ich würde sagen, wir warten gar nicht so lange, sondern wir legen jetzt gleich los. Der Server läuft jetzt wieder. Dann sollten wir uns vielleicht auf alle vier Seiten der Burg verteilen und nicht nur alle in einer Seite. Genau. Jetzt mal kurze Info. Ist der Tobi? Ist der hier? Der ist hier, ja. Wie viele Leute sind jetzt connected aktuell, dass man so abschätzen kann, wie viele noch kommen? Wir haben 251 Leute. Ich würde sagen, wir beginnen jetzt schon langsam. Hier sind 273 auf dem Event. Also ich würde jetzt auch beginnen, so lange es läuft. Ja, ja. Machen wir. Machen wir. Pass auf, baut mal die Kiste da vorne ab mit den ganzen Schwertern, weil... Äh, noch was. Hab ich da gerade was... Ah, da hinten baut einer und ich sehe den einfach nicht. Und bitte droppt nicht aus Versehen den ganzen Usern euer Schwert, weil ihr aus Versehen auf irgendeine Taste kommt da zum Schwert. Okay, wo bist du? Wo bist du? Wo ist denn der? Nein, dann warte, bis der von der Toilette zurückkommt. Alter Leute, es geht los. Es geht los. Es geht los. Lisa, warum? Hier gibt es unterirdisch... Warum brennt Lisa? Ich weiß es nicht. Ich habe vorhin Lava genommen, um die Schwerte zu vernichten, weil... Ja, wollte ich gerade sagen, dass wir hier mal die Schwerter wegmachen sollten. Ja, was meinst du, was ich gerade mache? Ach so. Ich baue die Kiste ab und platziere da Lava hin. Hau luck. Hm. Okay. Ich würde sagen, es ist so weit, oder? Ja, es gibt jetzt noch Leute wie Tim, der hat ein Diaschwert, aber der Zug ist halt abgefahren, ne? Also ich habe noch eins. Du weißt nicht, wie das ist bei Leon? Ich habe noch drei Eisenschwerte. Also ich habe noch einen Diaschwert. Ich würde sagen, wir haben ihn los. Bei muss, ich habe noch eins. Toni, ist Toni da? Ich habe rei. Ja, stimmt, warten wir noch auf Toni und dann... Ich bin vorm Dingsfried. Hier, da, hinter dir. Ich sehe Spieler, ich sehe Spieler nicht so weit, ja? Alle Einheiten bereit machen? Auf nicht so große Entfernung kann ich das ändern? Meine Verbindung wurde geschlossen, ja. Wer hat mir das jetzt genau auf das Schwert? Meine Frage, meine Frage. Ja, ist noch eins. Au. Ähm, Spieler. Ich sehe Spieler nur bis auf 20 Blöcke oder so. Kann ich das ändern? Ja, ist mir auch schon aufgefallen. Oder ist es serverseitig? Serverseit. Ich glaube, wenn wir das hochdrehen würden, würden wir jetzt noch mehr, sag ich mal, anfälliger werden. Ja, 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 das ist okay. Ich habe gedacht, vielleicht geht es an mir. Ja, die Start. Hey, will mich mal jemand wieder hier reinlassen? Läuft der Countdown schon? Lieb vor der scheiß Burg, helf! Drei. Oh Gott, Leute. So, Leute, ich bin da, ich bin hier. Hallo. So, die Türme ist da. Da, lass mich jetzt losgehen. Manz, die Türme und die Mauern, Leute. Nicht zu viel, soll König sein. Nicht zu viele. Es geht los, es geht los. Geh mal, ich bin Tönig. Let's go. Lissi. Lokal, 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 ein bisschen im Arsch. Kommst du auch noch hier in Burgfried? Äh, ja. Wer ist bei Toni? Wer ist bei Toni? Die Burgfried-Besatzung, bitte. Toni, Toni, nur zwei Leute bei dir. Nur zwei Leute bei Toni. Alle anderen brauchen wir außerhalb. Ich bleib hier bei Toni. Bereitmachem. Komm, ich bin da. Tobi, Tobi, bleib bei Toni. Tobi, alle anderen raus, auf die Beine hier. Aber wir sollten den Ton sein verlassen und nach oben gehen. Ähm, vergiss nicht, dass oben wird auch jemand sein. Äh, äh, hättest du das für eine gute Idee? Nach oben zu gehen? Ja, besser als hier unten. Das wird krass, Alter. Wir kriegen es so auf die Beine. Ich schüttel's durch, Alter. Okay, wir gehen mal hoch, wir gehen hoch, okay? Tobi, sei es nicht mehr sicher für unseren König. Wie schon gesagt, nur zwei. Toni, geh nach unten. Hurra. Nach unten. Ja, weil, guck mal, die meisten kommen nach oben. Ja, weil, guck mal, die meisten kommen nach oben. Sind die Mauern weg? Sind die Mauern weg? Ja, weil das stimmt. Es leckt, es leckt, es leckt. Jetzt, die meisten kommen. Die meisten kommen nach oben. Tobi, sollen wir vielleicht besser flassen? Lass auf, die Mauern sind weg. Okay. Die Mauern sind weg. Von oben haben wir halt nur einen Fernseher. Von oben wissen wir, die können nur von unten kommen. Soll ich jetzt runter nach oben? Soll ich runter nach oben? Oh, ganz viele Leute unten. Ganz viele Leute unten. Ich geh runter. Komm, wir gehen runter. Du, ich bin auf dem Burgfried drauf. Ach, du Scheiße. Feuer, Männer, Feuer. 19.17 Uhr. Haltet Stand. Das ist 19.17 Uhr. Und der Krieg hat begonnen. Alter, es ist so gestört. So, ich werde den Scherz gehen. Der König macht es sich bequem. Alarmstufe Rot. Alarmstufe Rot. Ich habe mal die Tür mit der Tür. Die sind vom Torhaus. Der Feind rammt unser Torhaus ein. Ey, hier ist Lava bei uns. Ja, ich weiß, ich habe die da hingesetzt. Wo ist hier Lava? Damit da keiner mehr reinkommt. Nice. Das ist gut. Wo ist mein Pferd? Wo ist mein Pferd? Ich muss rausreiten. Pferde, Feuer an. Die untertonnen uns. Ja, das ist Obsidian. Also, da kommt es nicht mehr. Die Männer haben sich hinter dem Torhaus verschanzt, Leute. Das ist zu loomen für den König. Bereit machen. Es leckt ein bisschen. Loomen für den König. Oh mein Gott. Ja, die Mauer wird noch abgebaut. Deswegen hängt es ein bisschen. Es werden gerade gekickt wieder. Der Proxy stürzt ab. Was? Ja. Der Proxy läuft noch. No luck. Der Proxy läuft ziemlich stabil. Es werden gerade aber wieder ganz viele Leute gekickt. Okay, ich bin noch drin. Der läuft auch wieder. Ich habe einen Kill. Jawohl. Ich bin noch noch drin. Ich bin noch drin, aber es leckt. Ich wurde rausgekickt. Ich glaube, da wird nächst jemand. Bei mir sind noch ein paar. Das war die Mauer. Das war die Mauer gewesen. Es sind schon einige in der Burg, Leute. Ja, das war die Mauer. Die hat es ein bisschen runtergerissen. Okay. Wir sind schon entfiel in der Burg. Okay, Leute. Alarmstufe Gelb. Alle zurück in die Festung. Die kommen gleich zurück in die Festung, Leute. Ach du meine Güte, ey. Die sind da. Die sind vor dem Tor. Ja, wissen die. Wissen die. Oh, oh. Shots fired. Shots fired. Oh, shit. Oh, kacke. Ich reite in der Burg. Einige Leute macht es. Da ist einer drin. Da ist einer drin. Ja, macht das Tor auf zum inneren Ring. Wir müssen den inneren Ring wieder. Ganz im Herzen. Die berennen. Es geht raus. Ich habe ihn. Ich habe ihn. Ich bin fast tot. Tötet ihn. Tötet ihn. Mach nur wieder das Tor auf. Sollen wir die Torhäuser öffnen? Ja, macht nur das Tor auf. Wir haben jetzt gestorben. Okay, da ist noch einer. Da ist noch einer. Da ist noch einer. In full Dia. In full Dia. Wir müssen noch viel. David. Ja. Inventory ausgegangen. Oh, luck. Dick, da ist noch einer. Da kommt noch einer. Ey, mein Pferd ist schon down. Mein Pferd ist down. Willst du eins von mir? Ne. Ja, aus dir. Mach das nicht krass. Ach, du grüne Neune. Die kommen von überall her. Zurück in den Endpägen. Ach, du Scheiße. In der Waffe kann man so drei von dir ausüsten. Der größte Fun ever, ey. Ich bin hier draußen und metze die ganzen Leute. Die hier. Oh, da ist einer. Oh, da ist einer. Tag, ich rassier dich, Junge. Äh, Toni, bist du auf dem Weg nach oben? Ja, ja, ja. Bin ich. Ja, ich komm auch hoch. Äh, ich hab irgendwo irgendwo eine Wohnung. Die, 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 die Schildverteidigung, die klappt schon sehr gut, aber ich hab ein Herz verloren. Also, ich verteidige noch eine. Ey, das sind zwei. Das sind zwei. Da gehen sau viele. Wo seid ihr? Ist er an dem Ton? Toni, Toni, runter. Ach, du Scheiße. Nein, nein, ich hab mein Schwert getroppt. Ich hab noch ein Leben. Ich bin down. Ich bin down. Dein Andrat, mein Schwert. Ich bin down. Er ist down. Was? Ich bin down. Nein. Warum waren die Leute im Bergfried? Ich, da war keiner von meinen Leibwächtern mehr da und. Das weiß ich nicht, Mann. Ich hab mein Schwert verloren. Ich hab mein Schwert verloren. Ich bin klar, dass du dir hochgelaufen bist. Aber man muss sagen, wir haben sechs Minuten durchgehalten. Das ist doch schon mal was. Alter. Alter Schwede. Leute, wisst ihr was? Wisst ihr was? Wisst ihr was? Wisst ihr was? Hört mir zu. Ähm, ihr habt wahrscheinlich den König einfach geschlagen. Ihr habt wahrscheinlich den König einfach geschlagen. Die eigenen Leibgarten konnten den nämlich töten. Ihr habt den wahrscheinlich einfach selber getötet. Nein, nein. Wir kämpfen hier in unserer Spawn, Leute. Wir sind, wir sind, Leute, wir sind in dem, ähm, wir sind in dem Bergfried hochgelaufen und da waren dann zwei Spieler und ich musste mich in einem Zimmer retten, wo kein Ausgang war. Und dann sind die durch den Eingang reingekommen und hab auf die gehauen, aber die waren zu stark halt, ne? Also insgesamt waren da fünf. Ich sag's mal so, ähm, das kann ich vielleicht auch erzählen, wir haben vorher lange diskutiert, ähm, wie wir das machen mit dem Equip. Ja, wir hätten ein besseres Equip mitnehmen sollen, schon mit alles, mit dir und so, ne? Aber ich komm rein und bin einfach fast, fast gebumst, Alter. Aber richtig krass, ich bräuchte Schärfe 10 oder so. Ja, die User waren besser ausgerüstet als erwartet. Ne, also ich bin... Das ist so, das ist so, das ist so. Ich hab überhaupt kein Problem. Ich mein, ich kann den User hier vollkommen shredden, mein Schwert ist heftig, also... Ja, das ist... Ging jetzt sehr schnell, ne? Ich, ich hab, ich hab ja auch... Ich muss auch ehrlich sagen, ich hab's unterschätzt. Also, wir haben's ja relativ kurzfristig angekündigt. Mach mir mal ein Schärfe 10 Schwert. Auch mit dem Ziel, dass es vielleicht jetzt, dass der Andrang vielleicht jetzt zu extrem wird, ne? Ähm, und im Endeffekt waren's dann jetzt auch wieder 300 Leute. Respekt, ne? Dann kommen die Probleme dazu. Ich hab auch gar keine Quip mitnehmen. Also, ich hätte, ich hätte gedacht, maximal 200 Leute. Ich würd's sagen, wir würden machen nochmal einen Kampf, weil viele wünschen sich jetzt nochmal... Ja, natürlich. Im weiteren, also nochmal ne... Was heißt ne Revanche? Da hätten wir die Revanche, ne? Ähm... Ja, ja, eben. Aber ich würd's einfach machen. Ja, ich auch. Ja, gut. Kann mir das irgendjemand enchanten dann, so volles Tier? Mach ich... Äh, nein, du kriegst einfach das Rallyequip und was wir haben. Naja, es trifft sich auf jeden Fall gut, dass wir jetzt so früh fertig sind. Weil jetzt kann ich dann erstmal essen gehen und ich bin dann irgendwie so eine halbe Stunde wieder da, wenn wir noch neuner machen. Doch, ich mach das einfach so, ähm, mein... Äh, ihr wisst schon, dass, äh, grad die ganze Burg angezündet wird. Also, ich glaub, da ist dem Wald nix mehr übrig hier. Ja, wir können ja die Burg einfach... Ich glaube, man kann bis Schatten ist 10 oder so. Kann man da... Es sind einfach überall, es sind überall User, Mann. Überall. Wir brauchen nächstes mal ne größere Verteidigung. Ja. Das stimmt. Also, das war voll... Das war richtig krass, Leute. Oh mein Gott, war das krass. Wir... Wir... Ich fighte gleich auch weiter. Ich muss es nur enchanten. Ich kämpfe... Alter, ich bin immer noch im Bergfried. Ich versuche hier irgendwie den anderen ein bisschen aufzuhalten, aber... Da kann ich keinen. Ich kann keinen. Wie weit oben sind die denn, Tomatze? Ich bin... Die sind komplett durch. Die sind trotzdem verteilt. Und ich würde auch sagen... Ich seh grad den Bergfried, wo der König sitzt, das alles so verwüstet. Hier läuft Lava der Decke runter und alles. Ernsthaft? Ja, das ist so übel. Ich möchte... Ich würde sagen... Er hat sich sogar Obsidian gebildet vorne am Eingang. Ich würde sagen, dass wir das gleich die... Oh mein Gott. Ähm, Friendly Fire ausstellen. Das heißt, wir können Free for All machen noch. Ja. Können wir machen. Ich weiß nicht, ob ich das machen soll, weil die Leute, die kennen meinen Skin und die sehen meinen Namen und dann... Da gehen dann alle auf mich hier hin. Ach du Scheiße, Leute. Guckt euch das mal an. Hatten wir schon mal. Diese Burg wurde komplett überrannt. Wir brauchen beim nächsten Mal... Überlegen wir uns, was ist hier gleich. Großteamsammeln etwa. Äh, den Führerbunker. Mann, Mann, Mann. Alter. Führerbunker. Genau, das würde ich mal nachgucken. Ich würde mal nachgucken, was... Ist der Führerbunker, ist da noch intakt? Da unten der, ähm, der Tresor. Guckt euch das mal an. Der ist noch intakt, ne? Die Burg brennt. Ja. Ziemlich der einzige Raum, der noch intakt ist. Leck mich am Arsch. Da drin ist Lava. Da drin ist Lava zu sehen. Da hätte ich reingehen sollen. Also du kommst nicht mehr hin, aber... Warum enchantet der... Warum enchantet der nicht? Alter. Ja, doch. Aber mich hat's echt gewundert, was da einige geschafft haben. Ey, komm, da mit der Deerrüstung und so. Wow. Ja, ja. Also da waren auch viele Hacker dabei. Ich bin mal ne Runde erst essen. Bis später. Die halbe Burg ist von irgendwelchen Gerüsten umgeben. Oder was wir vielleicht hätten auch machen können, ist, dass wir dann das nächste Mal sagen, die Leute haben vielleicht nur 30 Minuten Vorbereitungszeit und dann anderthalb Stunden Battlephase oder so. Das reicht vollkommen 30 Minuten. Denk ich, denke ich auch, nach dem, was wir jetzt heute gesehen haben. Das, das, das... Aber wir müssen das normal machen. Das war so awesome. Ich hab jetzt, ich hab jetzt erstmal ein, ein schärfe 5 Dia schwer. So, jetzt wird's erstmal gebumst hier. Jetzt müssen wir jetzt mal schauen. Vielleicht limitieren wir dann die Userzahl ein bisschen weiter runter. Ja, kommt. Kommt, meine Guten, kommt. Es gibt gerade ne Massenschlacht hier unten. Ja, ich versuch hier gegen so viele wirklich zu verteidigen, Alter, ohne Scheiß. Ähm, ich mach mich mal in Survival-Montos. Alter, das sind das viele. Leck mich am Arsch. Wieso bist du das? Ja. Ja. Aber, die spawnen doch wieder, ähm, am, am Arschsteller. Die müssen doch dann wieder ein bisschen laufen, ne? Aber das ist nicht weit. Das sind irgendwie halbe Minuten. Ähm, Alex, Alex, ich bin in der Situation Room. Kannst du da hinkommen? Also, ich bin da. Äh, nein, ich bin unten vorm Bergfried und die klatschen alle auf mich ein. Ich bin da. Alex, ich komm dir zu Hilfe. Komm, wir gehen raus und ein bisschen fighten. Ja, die, die, die klatschen alle auf mich ein. Das ist richtig krass. Du kommst aber nicht raus, weil da irgendwer Wasser platziert hat. Oder, oder wir warten, bis die reinkommen. Das wäre auch lustig. Ähm, ich hab das, äh, ich hab das normale Langschwert, ähm, aus, ähm, also, ähm, ja. Langschwert. Da, da ist halt der Unbreaking-Hail-Sharpness-4. Probier mal, das Schwert, das ich dir gegeben habe, ich glaube schon. Königliches Langschwert, das hab ich doch schon. Hast du das? Ey, da ist einer. Probier das mal aus. Wie da eigentlich einiges. Da war einer. Warte mal, ich hau dich mal. Wo bist du denn? Ich kann's dir nicht hauen. Stimmt. Alter, ich halte Stand. Ich halte Stand, ich halte Stand soweit. Ich halte auch übelst, Alter. Oh, aber ich, ich, aber ich konnte, ich konnte Max hauen. Ja, ich bin im Game-Mod. Wie viel hat das abgezogen, Max? Alter, ähm, Hälfte. Du musst direkt. Okay, das ist OP. Trade. Ich spore die ganze Zeit bei den Dings. Hä, ich war auf einmal tot, bitte? Ach du Scheiße. Ja, ich bin, ich bin auch beim Angreifer. Ich bin jetzt Angreifer, lol. Lol, warum bin ich jetzt Angreifer? Ja, ich auch. Jetzt geht alles in den Massenschlag. Ich, ähm, sag's mal. Ach, das ist eine Schlägerei. Ich, ich, ich mach mir mal Game-Mod 1 und guck mir einfach mal an, was die hier gebaut haben. Warum hat hier einer versucht, ein Haus zu bauen? Also der, der, der hat angefangen und so. Aber der wurde natürlich leer geklaut. Ach. Ist das ein Freefall oder wie? Alter, was machen einige Leute? Hm. Ach du Scheiße. Wir haben hier so das Downhenge gemacht, so. Weißt du? Alter Schwede. Mann, 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 Mann. Es ist einfach nur noch unbekannte. Also meiner, das ist für uns eine Lehre, weil ich habe ja schon am Anfang vom Stream gesagt, wir wissen nicht genau, was da jetzt eigentlich kommt. Ja. Und wir wussten auch nicht genau, wie wir unser Equip wählen. Also wir werden auf jeden Fall das nächste Mal stärkeres Equipment haben und, ähm, mehr Leute ins Team holen. Und da auch noch dran rumwasseln. Das hat aber irgendwie, mein Equipment ist richtig OP. Ich habe hier absolut kein Problem. Ich schlachte hier. Ja, ich sage so. Also, ich habe auch kein Problem. Also wenn der König dasselbe hätte wie wir, das wäre schon gut genug. Mann, keine Al... Also ich schl... Ich bin doch kein einziges Mal gestorben. Also ich bin... Ja, eben. Ich bin auch noch nicht gestorben. Ich schlachte hier alle. So, jetzt mach ich noch schlimmer. Ich bin schon zweimal gestorben. Jetzt mach es noch schwer. Ich bin nur ein noch. Inventory ist jetzt gleich ab Falls. Nice. Dann geht alle nach und nach T. Equipment aus. Oh, alles klar. Oh, nee, lass mal hierbleiben. Die kommen alle zu dir. Okay, jetzt gehe ich gleich drauf langsam. Alter, ohne uns. Oh mein Gott, hier sind so viele. So, was ist los hier? Halb zum Block, TNT und weg. Es wird einfach so laggen. Äh, will ich mal einweilen, weil gewissen werden, was hier los ist. Die kommen alle hier rein. Auch ne Mauer. Straf ever, Alter. Was passiert denn hier? Ich bin jetzt hier neu. Ja, komm, komm, du f***. I died. Ich mach jetzt schnell ein paar Screenshots, bevor alles down geht. Also ich lad dir auch gleich mal sofort hinzu. Oh, zack, zack. Ausgetappt. Ja, ja. Das ist hier rein. Wie wäre es, wenn wir erstmal mit einer Runde Arktika anfangen, während wir Blockparty noch hochfahren? Machen wir, machen wir. Also Jungs. Dann zocken wir Arktika. Machen wir. Meine letzte Runde Arktika war sehr produktiv, weil ich hab einfach gar nichts gemacht. Also es geht darum, äh, was müssen wir zerstören? Den Ofen. Den Ofen. Also Jungs, Arktika 1. Genau, den Ofen. Den Ofen. Arktika 1. Also so ähnlich wie Bad Wars. Ja, das ist vom Prinzip Bad Wars. Bad Wars nur anders. Okay. Also Arktika 1. Äh, Tobi. Geht einfach mal rein. Kannst du mich in Game Mode 3 setzen? Hä? Was ist denn Arktika oder was? Ja. Dann geh raus und komm dann nachher als Spectator rein. Ja. Ich hab zwar keine Ahnung, wie das geht, aber egal. Einfach join, wenn das Spiel läuft. So, hier ist es los. Irgendjemand hat schnell gestartet. Warum? Was hörst du denn hier? Wird die Lobby gar nicht mehr voll. 2, 1, alles klar. 19. Das reicht. Komm Lobby, geh voll, geh voll Lobby. Ja, ist fast voll. Fast. So, was kann ich tun? Was kann ich tun, um mich zu verbessern? Du. Bummi. Ich will, dass die Lobby voll geht. Ich möchte gerne zuschauen. Kannst rein, das Spiel läuft. Kannst zuschauen. So, ich aktualisiere den. Alle, alle wollen hier, alle wollen hier, alle wollen hier was abgreifen. Alter, ich glaub, ich lauf einfach schon rein. Äh, wird mein Inventar gespeichert, wenn ich jetzt draufgehe hier? Äh, nein. Ich kann nicht aufs Zuschauer joinen. Einfach joinen. Einfach draufklicken. Einfach auf die K1. Ja, das ist so klar. Ja, ich versuche es in einer Minute noch einmal. Na gut, dann. Heavy Overlord. Verpiss dich, Junge. Das geht nicht, Tobi. Ja, du musst du überhandeln. Ich mach's ehrenhaft. Ich spring einfach lieber in den Tod, weißt du? Ist sehr effektiv. So, Maxi, du bist bei mir. Maxi, du bist bei mir im Team. David ist nicht in meinem Team. Ich bin auch bei euch im Team. Nee, ich hab mich halt die ganze Zeit geschlagen, Alex. Ja, ich weiß so. Bis du fein, wenn man tripgefrungen bist. So, jetzt fahr mich mir mal ein bisschen. Da ein bisschen Zeug zusammensammelt, dann einen Schwerterkopf. Der kommt hierher und greift mir direkt die Kohle ab. Egal, da drüben. Wie fahrt man hier? Hä? Ähm. Bist du bei uns im Team? Bim. Hä? So schnell? Es durchgerusht hat den feindlichen Ofen zerlegt. Jetzt respawnen die Feinde nicht mehr. Oh, jetzt verlieren wir noch an. Wer hat den hier durchgelassen? GG. Also ich bin einfach so durchgerannt, also durchgegangen eher. Pro-Gamer. Nee, also, die haben sich alle umgedreht und ja, sind gegangen. Und da hab ich mir so gedacht, ja, kann man ja auch. Ja, läuft. Vlog, wo ist denn der Blockparty-Server drauf? Der ist auf dem neuen Server. Warte, woher hast du den Stock? New Server. New Server. Kauft. Deinem Händler. Ja, aber ich kann dich damit nicht prügeln, oder? Woher hast du das Geld bekommen? Oh, for fuck's sake. Oh Gott, fuck, ich verlasse der Welt. Nein, shit. Bögen, ein Bogen, hätte ich gerne. Wreckt gerade. Ah, da muss ich, ich weiß nicht, wo krieg ich, ah, das krieg ich hier. Okay. Okay, das ist für mich auch eine neue Runde eigentlich, aber ich hab das letzte Mal, war ich so ein bisschen, ein bisschen verloren. Wir respawnen, aber der Feind respawnt nicht mehr ohne Rufen und verliert langsam an Wärme und wird nachher noch sterben. Was heißt der Feind? Der Feind. Der böse, böse Feind. Ja, fuck, das sind wir, ja. Ja, Alex, du respawnen nicht. Ah, der Alex. Ja, ich bin tot. Bar. Feuerbar. Was soll ich machen? Was soll ich da machen? Alter Schwede. Da hat irgendwie keiner aufgepasst. Ähm, Alex, heulei so. Okay, 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 okay. Aber ich sag mal so, wenn du durchrushst, ja, also ihr braucht mal ein bisschen mehr Verteidigung, ne? Bitte? Ja, haben wir gewonnen. Also ihr braucht mal ein bisschen mehr Verteidigung, irgendwie so ein Bunker müsst ihr da bauen. Das sind die Schnellbeile. Haben wir gewonnen? Wir haben gewonnen. Ja, wir haben gewonnen. Ja. Oh, der Feind ist gestorben. So, ich könnte jetzt mal schauen, ob... Wie wär's mit einer Runde Firespeef? Verdammt, was haben wir jetzt gemacht? Oh, Firespeef haben wir noch gar nicht gezockt, das können wir machen. Weil da kein Admin ist, mach ich das einfach mal. Einfach zu Firespeef. Ich würde sagen, ihr geht nicht durch den Dings, sondern... Don, wir, Firespeef? Ja. So. Ja? Ich will den Server... Firespeef? Firespeef? Ja, aber du musst uns beeilen, ne? Weil... Weißt du? Äh, FS2 ist komplett leer, wenn ihr wollt. Los! Äh, Schnellbeitritt. Ja, nimm den Schnellbeitritt. Komm, wir nennen. Machen wir. Äh, Maxi, Maxi. Viel Erfolg. Ciao. Ciao. Ciao, ciao, ciao. Äh, magst du die Schnellbeitritts bei Firespeef? Ja, ich kann da einfach reinhüpfen. Ihr kommt ja, ihr kriegt ja die Leute einfach raus, wenn's voll wär. Muss noch jemand anschubst, ne? Und so wär jetzt halt... Jetzt könnten die geilen Premium-Features kommen, wenn ihr uns unterstützt. Dann würdet ihr in die volle Runde reinkommen. Ach, mal gesagt. So, wo bin ich? 17, 16, da bist du. Ja. Alter, wie funktioniert das jetzt hier eigentlich? Ich weiß gar nicht, was abgeht. Ich muss Leute runterknallen. Das erklärt sich eigentlich gleich vom... Ihr habt Waffen, damit müsst ihr die Welt zerstören und die Gegner von der Welt runtersprengen. Ja, es geht. Das ist einfach so, was die Terroristen auch spielen in Afghanistan. Die Kinder spielen das. Die spielen halt, wer sucht, der findet, wer drauftritt, verschwindet, ne? Landen. Echt, echt, schwarzer Humor. Was ist denn mit dir? Alles, kein Ding. Was ist denn mit ihr Büchel? Ja, ja, tschüss, tschüss. Nein, 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 nein. Alex, lass mich. Tschüss. Ah. Tacky. Was ist los hier? Ich weiß gar nicht, worum es jetzt geht hier in dem Spiel. Bitte. Du musst andere einfach runter... Du musst andere einfach runterbringen. Ich kann nämlich anschliessen. Mann, verpiss dich. Ja, ja, ich sag's auch nicht. Alex, du musst... Ich hab'n... Ich hab'n... Ich hab'n Beef. Alex, ja, lass mal... Lassen wir uns nicht gegenseitig killen, sondern einen anderen. Ja, egal. Verpü... Wie schieß ich? Ich hab'n Feuerball. Wie schieß ich so... Ja, Alex, wir machen jetzt... Ah, ja, ja, ich hab'n Feuerball. Wir müssen zusammenhalten, weißt du? Wie die Türken. Wir müssen einfach zusammenhalten. Meine Richtung läuft das hier gerade. Ich glaub, da hinten ist einer. Irgendwie hab' ich so das volle Mobil. Nee, da ist keiner. Hallo. Hallo. Ah, nein. Wir bleiben zusammen, Matze. Ja, ja, ja. Wir sind tatsächlich... Ah, Holgi. Oh mein Gott, da fies lange gut. Blaze ist aus uns irgendwas. Ach... Oh, shit. Oh, shit, oh, shit. Ich war fast mal shell in den Tod gesprungen. Das bin ich verliebt. Nein, 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 nein. Alter, der eine schießt mit, äh, was auf uns, was auch immer das ist. Ah! Ah, nein. Alter, war das knapp. Ich weib's hab' ich auch gleich draufgegeben. Wo ist der letzte hier? Lebt ja niemand mehr. Alex, lebst du doch? Matze, Alex und ich will das leben noch. Ich lebe noch, ich lebe noch. Ah, da ist der Alex. Ha, 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 ha. Alex, ich seh' nur ne Alex, aber wo ist der andere? Ja, ich, ich muss gucken, was... Wer suche, der finde, wer droht, wird verschwinden. Alex, fahr' raus. Ich, ich mach zwar gar nix, aber okay. Du musst ja mit, mit Rechtsklick, äh, musst du auf den normalen Stock gehen. Ah! Weißt du? Ja, ja, ja. Jetzt check ich. Okay. So ein Cheater, ich weiß Teamplayer hier. Ah, ah. Egal, das ist, äh, Grabenkrieg, das ist, äh, Grabenkrieg. Wir reißen das. Ist das hier Battlefield 1, Grabenkrieg? Ja, 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 ich kann nicht... Oh, ihr Battlefield 1, das wird was, das wird was geben. Ich hatte gehofft, dass es in der neuen Zeit spielt, aber okay. Nö, nö. Okay, okay. Du kommt, oder? Alter, wie droht! Du kommt Krieg. Ich sag' denn, wo ist er denn, Max? Einfach mal Handlaut drauf. Ich sag' für die Power-Ups, sag' wie... Ich hab' die Power-Ups irgendwie... Ihr werdet mich nie finden, Alexander. Nie im Power-Ups. Ja, eigentlich, ich nehme das Video, das Info-Video nehme ich jetzt offline, okay? Ja, mach's mal. Ah, da hinten, da hinten. Ja, da hinten. Ja, ist nach rechts, hier aufgedicht. Wie bekommen wir diese Power-Ups? Abschließend. Das sind diese Gläser, die sich die ganze Zeit die Farbe ändern. Abschließend. Also, da sind noch zwei, okay. Info-Video zum Event hat eine Bewertung von T30 zu 3. Nee, kann hier liegen um 30 zu 3. Da hinten ist er, hä? Wo ist er? Ach, herrje. Au! Oh, shit. Aber ich nehme es jetzt trotzdem mal offline. Ähm... Nein, ich bin tot! Nein! Ah, nein, fuck! Alex ist tot. Er ist halt schon... Shit, ich bin drauf gegangen. Da ist er. Da ist er. Komm her, Alex. Brudeln! Da ist er. Ich bin dafür, dass wir dann auch noch eine Runde spielen, ey. Wer ist denn mit Block Party? Ah, Block Party krieg ich irgendwie grad nicht verbunden. Äh, Holla. Kannst du die nicht einfach alle senden? Ja, ne, das ist extrem verpackt noch bei Nico. Ach so. Kannst du das... Kannst du nicht alle einfach da rein senden? Ja, alles klar. Immer noch nein. Ähm... Holla. Es gibt doch noch so einen Beta-Server, ne? Beta-Carotin gibts doch. Nee, nee, da gibts doch noch so einen Beta-Server. Da kannst du es ja auch spielen. Da kommen auch nicht so alle Leute drauf, weißt du? Oh, das haben wir grad noch nicht. So, haben wir. Mann, töten wir euch mal. Ich will eine zweite Runde spielen. Willst du den Server haben? Ja, ja, ist ja gut. Der Maxi, der, der verkemmt sich halt nicht. Der ist ja wohl von Nico, ne? Ja, ja. Der läuft das auch drauf. Ja, der läuft das auch drauf. Ja, der ist schon so ein bisschen... Ein bisschen Allah, Akbar. Nein, einfach Alex. Doppelsprung. Ja! Doppelsprung. Ich bin doch. Also, ähm... Ernsthaft? Bist du tot? Ich hab dich gerackt, Junge. Nee, ich hab mich umgebracht. Äh, Maxi? Kannst du dir mal angucken? Das ist der Server. Nein, kann ich grad nicht. Nice. Erste Runde hier und erste Runde gewonnen. Da kannst du es auf jeden Fall testen. Also, mal zeigen. Warte mal, wieso... Maxi, warum ist unser Ding schon wieder ausgelaufen? Was? Im Shop. So. Mal kurz raus tappen. Zack. Okay. Schnell Beitritt? Fragezeichen. Schnell Beitritt. Server startet gleich wieder. Wir können... Jetzt können wir noch eine Runde spielen. Ja. Äh... Kleine Info für alle, die Interesse... Äh... Premium-Rang haben. Ich hau gleich wieder den 50% Rabatt in den Shop rein. Er trägt alles für die Hälfte. Ich hab jetzt gerade Allah Akbar ins Gespräch gebracht, ne? Es gibt da ein Video, da ist so ein Typ... Oh nein. Und der stopft Granaten in den Mörser. Ohhhh. Und der geht es mal... Schreit der. Er sagt immer Allah Akbar und stopft das Ding da rein in den Mörser und irgendwann explodiert so eine Granate im Mörser und springt den natürlich mit in die Luft. Und das ist ziemlich feierbar, ne? Eigentlich... Ich hab das nicht feierbar. Eigentlich ist es ja ziemlich gestört, aber okay. Ich find das feierbar, weil es genau... Es geht los, es geht los, es geht los. Weißt du, das ist Instant Justice, weißt du? Die Enfield heißt da einer. Äh, zocken wir noch eine Runde? Ja, ja, ja. Noch eine Runde. Oh Mist. Aber du hast verpennt, glaub ich. Du hast verpennt, glaub ich. Was ist das? Mirage. Hallo David, hallo! Mirage. Tobi, hast du eine Mirabartie eingeschaltet? Hallo. Äh, war es Server oder Pay? Bitte? Oh je, oh je. Hallo! Komm! Ach du Scheiße. Es geht ja nicht los, aber... Überall, überall wird geworfen. Überall. Oh mein Gott, er hat ein Statt gelegt. Oh mein Gott. Ist so alter, oh mein Gott. Kannst du nicht. Ja, ich starte ein anderes Spiel. Ah, ich seh nichts mehr. Mit euer Spiel. Ich seh nichts mehr. Ich werd correct. Ja, ich seh nichts mehr. Au! Muss hier weg. Das ist viel zu, viel zu heiß. Das ist viel zu heiß. Boah, aber das leckt rum. Was ist denn hier? Leute, ich hab so einen feierbaren Springshot gemacht. Das leckt rum. Wann ist unser Tutik eigentlich gekommen, dann? Der TeamSpeak. Ja, von uns. Ja, das ist die Frage. Da kümmern wir uns danach drum. Genau. Irgendjemand hat mich die ganze Zeit verfolgt, Alter. Ja. Los, verpisst euch. Na, alle können sich freundlich sehen, Leute. Ist so, ist so. Ich hab alles genutzt. Was ist denn los? Ja, ist... Genau so geht's mir gerade. Da, 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 da... Du siehst gar nichts mehr von lauter Explosionen. Es wird noch eine Load-Mession geben, wo es weniger Explosionen gibt. Und das kann man dann auch mit... etwas spätestens mit den Explosionen. Weil es laggt halt ab und zu mal wirklich hart. Denken für mich gar nicht, aber... Oh, Alex. Eigentlich kann mich... Oh, das stimmt. Na, ich bin wieder. Ja, aber manchen laggt es halt noch. Und, äh... Warst du Frieden oder Krieg? Keine Ahnung. Das ist gerade Holland. Hey! Ich bin im Block Party. Oder sonst sehen wir uns nicht was zu kriegen. Ich bin da einfach zu überleben. Glock Party. Schieß einfach irgendwo hin. Ja, genau. So in Richtung. Boah. Willkommen auf... Was ist dein Mensch? Das ist gut. Manchmal... Manchmal bin ich gedebufft irgendwie. Keine Ahnung. Ich... Wie sieht's eigentlich aus? Und zwar habt ihr, ähm... Wie sieht's aus mit Block Party? Alter, du bist so einfach... Ähm... Also wenn ihr das Spiel wollt, es gibt einen Testserver von Nico. Ähm... Dann können wir... Fuck, fuck, fuck. Dann können maximal 16 Leute spielen. Ja, es ist schon das Spiel hier. Das ist schon sehr, sehr nett. Ja, Block Party ist nicht verfügbar. Aber vielleicht ist es der da, der... Auf dem B... Auf dem B... Ja, wir haben Block Party, aber das ähm... Alter... Leckt ein bisschen. Ich meine, der möchte nicht richtig starten. Und das wird auch... Ich muss mich in Frieden. Ja. Du Bandit. Wenn man sich direkt moved, geht's sogar. Hab ich dich nicht, hab dich nicht. Ja, ja, genau. Ja, dann mach ich das so. Okay, dann mach ich das gleich, ne? Ja. Ja. In die Runde vorbeiführen. Ah, ein... Ein Wildes, ein Wildes David, glaub ich. Ich würde gern mitmachen. Funktioniert zwar aktuell nur Netz, aber... Es wird eben nicht funktionieren. Äh... Party. Für alle dann auch. Lob genug. Und dann, äh... Für die auch... Auch alle mitspielen. Ich seh einfach nichts mehr rein. Verpiss mich mal schnell. Ja, es leckt schon. Also, ich glaube, ich hab schon einen Vorteil mit diesem PC. Oh, der Alex. Hier, ne? Prilium fliegt das. Alter, ich seh nichts mehr. Bitte. Hallo Marco. Hallo Marco. Willst du mal Zeit für eine neue Prilie, ne? Ein Prilie. Prilie. Prilie Filmon. Oh, ich lebe ja noch nicht. Kannst du eigentlich weiter dieses Spiel erfunden? Ich mein, das ist doch der... Die Ha-Simulator 2016. Manchmal kann ich einfach nicht rennen. Das ist richtig krass. Ich... Ich bin drin. Vor allem, es ist alles so blatt, weißt du? Was schiffst du, was ich meine? Mann, das ist voll... Das ist voll Krieg. Ich bin auch gleich gebombst. Ich hab fast keine Plattform mehr. Ich muss eigentlich nur wegfallen. Ja. Ah, gut. Alex! Meine Fresse, ey. Ich hab das Gefühl, es ist die ganze Zeit jemand dran an mir. Ich hab das Gefühl, das ist dein Gefühl. Das ist glaub ich einfach so. Da vorne, ja. Äh, Alex schießt doch da. Das ist doch gar nicht so. Boah! Ja, Alex! Ich seh alles. Ähm, ihr... Ist halt jemand von euch ein Blockpartner? Weil... Der könnte mich anziehen, weil... Ich bin jetzt hier auf Stand-Bar, ja. Ich... Würde auch gerne mitmachen. Ich mach jetzt hier gleich so nachgehen wie er hier. Ich hab ihn. Ich hab ihn. Ich hab ihn. Ich hab ihn zerfickt. So, ich mach mich schon mal bereit, euch auf Blockparty zu move in. Wie viel wollen wir denn? Weil das muss schnell gehen. Äh, mach einfach alle. Alle wird sich nicht ausgehen. Nö, alle. Also... Wollen wir nicht. Ihr werdet einfach mal gerackt, meine lieben Leute. Also 20, 30 Leute gehen da bestimmt. Ich hab mir... Ich hab mir... Ich hab mir... Ich hab mir exekle Position verschafft. Der Alex kennt da echt so übel weit oben, Alter. Ja, es ist schon gut. Es ist schon gut. Es ist meine Meister-Taktik. Die Meister-Taktik des... Äh, Alexanders. Oh, oh. Ja, der Alex ist ja schon so schlingelt. Was ist... Was kann eigentlich der andere Stab? Was kann der? Einer kann nicht so, einer kann nicht so. Bitte? Ich kann Blitze schießen. Der Typ verpisst sich, glaub ich. Und was können Blitze? Was können die? Einmal mal einen Reizklick machen, dann Flussklick. Am besten nicht unter dir, ähm, sondern irgendwann. Nein. Ähm... Zocken wir, spielen wir, spielen wir... Ja, warte, ich... Ich... Ja... Dieses Fire-Sport ist mega-nice. Ja, ähm, aber David-Block-Party ist auch feierbar. Ja, echt? Ja, echt? Ich will dich nicht davon überzeugen hier, ne? Äh, Rollsack bei Maxi. Du willst die Lamp-Dach hinbringen. Ja, jetzt tier'n wir auch noch... Hm? Wie willst? Wenn du danach machst, musst du wieder aufgehen. Maxi hat das gewollt. Ich nehm grad gar nichts auf. Aber ich glaub ich sende sie einfach so. Ich muss, ich weiß nicht, ob ich überhaupt was aufnehme. Ich glaub ich mach einfach Spaß. Also ich sag mal so, die Leute, die du sendest, wenn die nicht alle auf der 1.9 spielen, dann werden sie eh nicht gesendet. Nein! Nein! Ciao! Ist logisch. Was spring ich einfach direkt? Willst du die auf die Pin und 1 senden? Ah! Wo willst du denn hin, Maxi? Aber es waren immer viele, es waren immer viele. Sicher funktioniert das, Tobi. Und der 1 hat die Witzes Lack. Send, Kartelius, PP-01. Ist doch klar. Wow! Achso, der ist ja runtergefahren worden. Nein! Da wird nur noch du und Klosterberg. Und der Klosterberg hat übrigens voll Lack gehabt. einfach von... Ist Blockparty on? Ist das on? Warte. Wir reiten gerade was vor. Ah! Er ist da! Er ist da! Klosterberg ist da! Er ist direkt ums Eck, David. Ja, ich seh ihn! Ja, ja. Also die, die jetzt noch in der Lobby sind, das sind doch gar nicht so viele. Ähm... Blockparty, Blockparty! Das ist die... Also die 100 noch zu 54 Zuschauer. Das ist die, die noch da sind, die wollen Blockpartys sehen, denke ich. Bin ich mir ganz gut sicher. Weil Blockpartys sind großartig. Du hast voll den Vorteil. Er ist ein Current. Stand Current. Current. Ich werde das scheiße ab. Aber es sind jetzt halt äh... Balchen da. Also ich wurde nicht mitgesündet, oder? Ja, weil die Lobby voll ist. Ja, hier passen nur 16 Leute rein. Ja, so. Ich, ich, ich. Ich möchte auch. Ich, ich will auch bei Blockparty dabei sein. Dann... Warte mal. Aber der Server wird in 3, 2, 1 neu gestartet. Tag. Und jetzt könnt ihr mich im Prinzip einfach reinziehen. Nope. Okay, Leute. Dann nochmal. Also ich verabschiede mich dann mal. Danke für das Event. Oh, voll. War richtig nice. Alles klar. Dann... Alles gut. Ihr Schnuckis. Ciao. Und zwar... Tja... Danke für die Einladung so praktisch. Also... War super nice, ey. Mach's gut. Tschööööö. Tschöööö. Tschöööö.